Aufstand gegen Papst Franziskus, Bischöfe und Kardinäle fordern neue Doktrinen heraus. In den letzten Wochen wurde der Vatikan von beispiellosen Kontroversen erschüttert. Bischöfe und Kardinäle widersetzen sich offen einer neuen Doktrin von Papst Franziskus, die Segnungen für gleichgeschlechtliche Beziehungen zulässt. In einem gemeinsamen Brief forderten mehr als 90 katholische Geistliche zum Widerstand gegen die päpstlichen Weisungen mit der Begründung, diese widersprechen der kirchlichen Tradition. Die Reaktion des Papstes wurde noch nicht veröffentlicht, aber die Revolte hat bereits Unterstützung von Bischofskonferenzen und Kardinälen verschiedener Nationalitäten erhalten. Dies ist nicht das erste Mal, dass der Papst auf Widerstand gegen seine Reformen stößt, aber das Ausmaß dieser Revolte offenbart tiefe Spaltungen innerhalb der katholischen Kirche. Die Kontroverse beschränkt sich nicht nur auf kirchliche Kreise, es wirft auch Fragen zur Position der katholischen Kirche zu Sexualität und Familie in der heutigen Gesellschaft auf. Während einige die Modernisierung von Lehren befürworten, um aktuelle Werte wiederzuspiegeln, glauben andere fest an die Bewahrung jahrhundertealter Traditionen. Dieser Streit offenbart nicht nur Risse innerhalb der Kirche, sondern verdeutlicht auch die Komplexität der Vereinbarkeit von Tradition und Wandel in einer so alten und einflussreichen Institution. Während wir auf die offizielle Antwort des Papstes warten und beobachten, wie sich diese Situation entwickelt, wird klar, dass das Problem über die Grenzen des Vatikans hinausgeht. Es spiegelt umfassendere Debatten über die Identität und Richtung der katholischen Kirche in einer sich schnell entwickelnden Welt wieder.